So Leute, es geht wieder weiter. Schon wieder weiter. World 426, Barrel Cannon, Rally. Okay, dir betreten wir die Mauer, Louis G. Starts. Die Musik scheint mir ganz witzig zu sein. Ich kenne sie nicht. Und wir nehmen die... Ja, ist das jetzt... Geil! Ich glaube, das war doch schon mein Donkey Kong Country LP. Das ist mal jetzt so... What? Okay. Das war jetzt gerade etwas komisch. Wir spielen Donkey Kong Country Mario. Oder Donkey Kong Mario Country World. Ach, wieso warte ich hier so lange? Er schießt nicht ab. Doch, jetzt. Juhu. Dem, dem, der, der, der. Hörkul, die kann man wegrahmen. What? Okay. Ich finde das so geil. Äh, war wohl doch der falsche Weg. Da kann man nur so... Wie kann man sowas machen? Okay. Das ist sehr geil. Manchmal vergesse ich, wenn ich LPs mache, dass ich im LP bin und aufnehme. So. Speichern. Geil? Ne. Nicht geil. Ungeil. Game over. Okay. Ah, wir müssen genau da... Okay, gut. Gut. De, 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 de. Ja, ich hab heute noch nicht viel in dem Part gesagt. Ja, wann auch sonst als heute, ne? Gestern. Ja, morgen. Hab ich nicht viel in dem Part gesagt. Naja, ist ja auch egal. Äh, Lakito, was machst du? Lang nicht gesehen. Du kennst mich aus meinem New Super Mario Brothers WLP-Part vielleicht noch. Da haben wir uns, glaub ich, das letzte Mal gesehen. Ah, haha, ne. Ha, lol. Lol, sagte ich. Da hat Yoshi doch... Ach, du rächst dich jetzt. Der rächt sich, genau. Er rächt sich. What? Okay, haben wir noch geschafft. Ja, die Kugel kommt genau dann da runter. Wann auch sonst? Die, äh, äh. Äh, sie... Ne, ne? Ne. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Äh, die können diese Scheißlücken nochmal lassen. Können die diese Lücken mal wirklich nicht lassen? Ähm. Die Lohn-Lösung ist, in diese Pyramide zu gehen. Es tut mir für total leid. Ich cutte es jetzt einmal in meinem Leben nicht weg. Weil, ich brauch unbedingt die Feder. Okay, ich cutte es doch weg. Ich geh mal hier, töte mich. So. Okay. Dann, okay, dann sehen wir uns gleich. Ich bin dann gleich wieder am Start des anderen Levels. Und mit, hoffentlich, Teil, Feder, Luigi. Okay, bis gleich. So, Leute, ich bin wieder da. Mir versprochen. Ja, was auch sonst. Ich hab eben ganz kurz gerade in dem Level diese... diesen Wasch bei Luigi geholt. In dem der Abgrund war. Da brauchten wir die auch. Musst zwar nochmal komplett nochmal durch. Ah, hier sind wir wenigstens beim Checkpoint. Dann, 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 dann. Können wir jetzt hier rein? Okay. Hier sind wir wieder. Man kann dann fliegen. What? Okay. Das merke ich mir, Lockitung. Mist, das auch. Ich merke mir alles. Mäh, das merke ich mir auch. Wie, ich weiß überhaupt... Ich hab überhaupt gar keine Ahnung, wie lange wir noch aufnehmen können jetzt. Wie lange ich schon aufgenommen hab. Aufnehmen kann ich so lange, wie ich will, aber... Ähm, nee. Ich sollte lieber speichern, zwischenschweig. Ach, Mann. Ich kann in der Luft irgendwie nicht speichern. Das ist ja die Scheiße. Weil ich da die Tasten drücken muss. So, nochmal gespeichert. Hä? Ich hab doch grad gespeichert in der Luft. Oh. Airfly. Safe State. Jetzt aber. Jetzt habt ihr's gesehen. Weil... Ja, Flipper, oder was? Hey, Leute. Ich bin sauer. So geht's doch am besten. Okay. Okay, nicht, ne? Irgendwie. So, jetzt nehmen wir Anlauf. Ey, das ist aber voll die Verarsche, weil da kann man gar nicht drüber springen. Doch, da kann man drüber. Dip, 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 dip. So, ich hab jetzt ein Problem. Ich muss leider noch mal kurz offscreen, denn ich weiß überhaupt nicht, wie lange ich schon aufgenommen hab. Na ja, wir sehen uns dann gleich. Sorry für den zweiten Cut, aber okay. Bis dann. So, hier bin ich wieder. Ich hab nachguckt. So, sieben, acht Minuten können wir noch. Also ist es grad 20.08 Uhr auf meiner Uhr. Ich denk mal bis 16 nach spätestens. Oder bis 16, 17 nach. Okay. Auf jeden Fall sind wir im nächsten Level. Die sehen alle gleich aus. Wie wir schon wissen. Man kann total raus, wenn man immer stoppt von dem Part. What? Oh mein Gott, was hast du denn für einen... Boah, die kommen sogar aus Röhren schon raus. Und die Kettenhunde kommen gleich aus vom Klo. Ah, ah, barf, barf, barf. Ha, ich kann über dich überfliegen. Das kannst du nicht. Barf, go und... Wow, du bist aber dickfett. Ha, das kann ich. Wow. Mein Gott. Mist, ich hab eben nicht gespeichert. Ha, geil. Okay, hier kann man speichern. Wow, ich möchte mal kurz was ausprobieren. Ach man, steht dann in dem drin. Naja, auch egal. Okay. Aber hier kann man die wieder so geil... Ach, Mist. Wie kann man die doch so wieder so geil... Geil. Das will ich nicht. Junge. Huh. Luigi Angst. Okay, doch nicht. Hier kann man der Flipper spielen und... Normalerweise kann man die durch den Boden kicken, wenn man Glück hat. Ha, das sieht geil aus. Komm, Sternmanns, nimm dich noch mit. Ähm... Ich mach jetzt mal ein bisschen... Ah, ich wollt grad ein bisschen Speedrunisher machen. Okay, ich mach ein bisschen Speedrunisher. Nee, 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 nee. Es akzeptiere ich nicht. Es kommt garantiert noch so eine Schlucht. Ha, Bücken ist die Lösung. Ähm... Ähm... Okay. Speichern... Wie lange haben wir denn noch? Ich hab grad keine Uhr am Blick. Mist. Aber das... Level wird mir auf jeden Fall noch schlafen. Ähm... Äh... Nee... Ich hasse ja so Level... ...wo jede Art von Speichern irgendeine Scheiße ist. Okay, wir fliehen einfach. So, da kommt das Rad nicht hin. Wetter die alt... B-Kante... Wurzel? Ähm, okay. Nur, dass wir noch im Beschuss sind. Nee, ich will denen unbedingt beibehalten. Das ist richtig. Das ist wichtig. Wichtig. Okay, nicht richtig. Ja, richtig, das ist auch, aber... Aber wir müssen uns auf eins einigen. Was rede ich überhaupt für ein Scheiße hier? Ähm... Das war ja grad übelst und realistisch. Ähm, okay, 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 ähm, 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 ähm. Ah, der ist, hängt er etwas. Ähm. Na, okay. Ja, so geht's doch am einfachsten. Hat mich schon gewundert, wieso unten nix rausgeht. Ne, das war nix. Hey, lol. Bam, bam, bam. Naja, das war nicht der Sinn der Sache. Spaß brauchen... Wir zwar auch, okay. Weg damit. Mist, das ist mies. Okay, okay. Immer Ruhe bewahren. Ist wie eine Sicherheitsbelehrung. Ein Videospiel. Ich hätte irgend so ein Video-Upload. Gag. Oder Wotwitz. Oder was auch immer. Ja. Lol. Okay, laden. Gefangen genommen wurden. Ich will ins Ziel, Leute. What? Okay. Es reicht mir langsam. Es reicht mir. Ich glaub nicht mehr, dass ich... Das ist mies. Das ist echt mies. So. Wie lange haben wir noch? Oh, Mist. Es ist schon überspät. Oh mein Gott. Der Part ist eigentlich schon längst zu Ende. Aber egal. Vielleicht kann man es irgendwie schneller drehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir haben schon über den Blibbit. Scheiße, okay. Danke fürs Anschauen und tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Ich safe jetzt hier gleich. Okay, da kommen wir schon in die Tür. Vielen Dank fürs Anschauen, bla bla bla. Vielen Dank fürs Anschauen. Jo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.